Nun ist der Begriff der Öffentlichkeit ja ein sehr breiter und sehr undifferenzierter. Kein Unternehmen ist in der Lage, seine Öffentlichkeitsarbeit auf eine solche Zielgruppe abzustimmen. Deshalb schauen wir uns einmal näher an, wie man die Öffentlichkeit in verschiedene Zielgruppen unterteilen kann. Zunächst einmal Kunden und Verbraucher. Ganz klar, kein Unternehmen kann ohne seine Kunden leben. Sie sollen die Produkte oder Dienstleistungen kaufen und dabei nicht nur eine gute Qualität, sondern auch ein gutes Gefühl haben. Lieferanten. Warum Öffentlichkeitsarbeit gegenüber Lieferanten? Der hängt doch von mir ab, nicht umgekehrt. Stimmt das wirklich? Es stimmt nur dann, wenn Sie etwas von Ihren Lieferanten einkaufen, das es bei sehr vielen gibt und daher ein hoher Wettbewerbsdruck herrscht. Tatsächlich aber will auch ein Lieferant einen verlässlichen Geschäftspartner an seiner Seite. Dann ist er eher bereit, über Lieferzeiten, Preise oder Zahlungsziele zu verhandeln. Dieses Gefühl der Verlässlichkeit entsteht natürlich einerseits über den persönlichen Kontakt. Es kann aber stark durch eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit gefördert werden. Für die Partnerfirmen gilt das Gleiche wie für die Lieferanten, nur oft noch in viel stärkerem Maß. Denn Partner, die mit ihrem Unternehmen neue Produkte entwickeln oder Märkte erschließen, engagieren sich noch stärker als ein normaler Lieferant. Die Anwohner. Oft sind Anwohner von den Aktivitäten der Unternehmen in ihrem Umfeld betroffen. Leider ebenso oft eher im negativen statt im positiven Sinn. Zum Beispiel, weil die an- und abfahrenden Lkw-Lärm verursachen. Ein positives Bild des Unternehmens in seiner unmittelbaren Nachbarschaft schafft Verständnis für die Aktivitäten. Bei Firmenerweiterungen oder anderen baulichen Entscheidungen, bei denen die Anwohner ein Wörtchen mitzureden haben, tun sie sich viel leichter, wenn sie aufgebaut auf einer längerfristigen Strategie ihrer Öffentlichkeitsarbeit ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis haben. Und nicht zu vergessen, vielleicht sind einige der Anwohner Kunden oder Mitarbeiter ihres Unternehmens. Politiker, Behörden und Verbände. Ich habe diese drei Gruppen zusammengefasst, weil sie alle ihnen das Leben leichter oder schwerer machen können. Denn sie treffen Entscheidungen, die ihr unternehmerisches Handeln beeinflussen können. Auch hier wieder, positiv wie negativ. Wenn zum Beispiel ein Kommunalpolitiker durch die Öffentlichkeitsarbeit die Unternehmen in seiner Stadt besser kennt, kann er ihre Sorgen und Nöte eher verstehen, als wenn er...